Brathühnchen. Was sagst du, Kalle? War das Männchen oder Weibchen? Das weiß ich doch nicht. Da steht Hühnchen, also wird das wohl irgendwie Männchen gewesen sein. War das jetzt richtig? Ich weiß es auch. Du machst mir mein Essen madig. Nein, nein. Was denn? Guck mal, da essen wir ja zwei Tage vor. Ja. Da kriegst du die Hälfte und ich die Hälfte. Hm? Ja, so. Lecker. Ja, Hühnchen. Ja, ein bisschen dunkel hier. Aber mit Knödeln und Apfelrotkohl. Da sind sogar richtige Rosinen drin. Ja. Und Soße. Hm? Ja. Jetzt essen wir ein bisschen was. Ich finde das gut. Da esse ich auch lange von. So ist das nicht. Oh. Mit Äpfeln. Und Gemüse. Hm? Ja, okay. Wir essen jetzt. Bis dann. Was? Du bist satt vom Kuchen. Ja, Kuchen. Bei dir gab es Pizza. Ja, bei dir gab es Pizza. Bei mir gab es keine. Ich habe ja auf dich gewartet, dass ich Essen mache. Deswegen werde ich das jetzt auch essen. Okay, bis dann. Tschüss.